Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich letztens das Spinner von 20th Century Boys gelesen, wo es halt so um so kürzere Manga-Geschichten geht. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz cool für so ein Video, wenn ich über meine Lieblings-Manga-Reihen rede, die halt ein bisschen kürzer sind. Falls ihr solche Videos mögt, würde ich mich sehr über ein Abo, über ein Like und über einen Kommentar freuen. Zum Beispiel, welche Manga-Reihen ihr so empfehlen könnt, die halt ein bisschen kürzer sind. Fangen wir an mit einer Reihe, die letztens erst abgeschlossen wurde. Und zwar Beast Complex 1 bis 3 ist ein Spin-Off, was in der Welt von Beastars spielt und befasst sich eigentlich nicht so sehr mit den Hauptcharakteren. Ich glaube, Legoshi taucht nur zweimal oder so auf. Es geht eigentlich um irgendwelche Random-Charakter, die einfach ihre eigenen Probleme so in dieser Beastars-Welt haben. Und oftmals dreht es sich halt immer wieder um dieses Topic Pflanzenfresser, Fleischfresser. Und es ist einfach so nice, wie dieses Beastars-Universum einfach auch mit irgendwelchen Random-Charakteren total viel Spaß machen kann. Also es gibt so viele coole Chat-Day drin. Ich glaube, insgesamt sind es nur 19 oder so. Also es sind halt wirklich nicht viele, aber es macht unfassbar viel Spaß. Also ich liebe Beastars halt auch. Hab den Manga leider noch nicht gelesen. Ich hab ja nur den Anime geguckt. Aber auch der ist richtig krass. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch mit Beastars weitermachen. Aber Beast Complex ist so unfassbar nice. Also ich liebe es einfach, wie die Charakter hier miteinander immer interagieren. Auch die Cover sind richtig cool. Jetzt vor allem auch das Dritte hat so ein nice Cover. Ohne Witz, ich liebe das. Und halt auch die Storys sind immer mega cute. Und natürlich gibt es mal bessere, mal etwas schlechtere. Aber generell würde ich sagen, insgesamt ist es eine mega coole Reihe. Und für Fans auf jeden Fall safe ein Muss. Und auch wenn man vielleicht mit Beastars noch nicht so viel anfangen kann, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, sich so eine Wand zu holen und so ein bisschen in diese Welt einzutauchen. Weil diese Thematik zieht sich ja quasi durch alle Bände irgendwie durch. Kommen wir als nächstes zu einem One-Shot. Und zwar einem relativ besonderen. Und zwar einem deutschen One-Shot. Ist auch glaube ich mein erster deutscher Manga gewesen. Und Yovan Tore, ne, ey, als es damals rauskam, hat gefühlt jeder darüber gesprochen. Das Cover ist auch schon sehr cool. Auch wenn ich sagen würde, es gibt bessere Panels als das hier. Also es ist ja quasi einfach nur ein Panel aus dem Manga. Aber diese ganze Aufmachung ist einfach mega nice mit diesem eingestanzten. Und Daniel Eichinger kann einfach super krass zeichnen. Also das ist generell auch eines der dicksten Pluspunkte hier bei Yovan Tore. Also die Zeichnungen sind mega, mega nice. Und das liebe ich auch. Alleine aber auch diese Story von diesem Mädchen, die immer dieses Klicken im Ohr hat. Und dem halt so auf den Grund gehen möchte. Und dadurch halt in diese Yovan Tore-Welt fällt. Und da neue Bekanntschaften trifft. Und diese ganze Welt ist total verzerrt. Und man weiß gar nicht genau, wo diese Reise jetzt hinführen wird. Was das Ziel ist. Wie die anderen Charakter genau drauf sind. Und irgendwie haben es auch so viele Charakter auf sie abgesehen. Und man denkt sich so, what the fuck. Und dann am Ende kommt dieser Cliffhanger oder dieses Ende. Und man denkt sich so, hä, was ist das? Und man liest es nochmal. Und dann sieht man diese ganze Geschichte auch mit anderen Augen. Also ich finde es generell immer cool, wenn One-Shots ein Reread-Value haben. Also das ist mir immer mega wichtig. Und das hat Yovan Tore auf jeden Fall. Und ich finde es einfach auch so ein kleines Muss. Man muss ja auch ein bisschen so die deutschen Mangaka unterstützen. Und gibt Yovan Tore auf jeden Fall safe eine Chance. Ist finde ich das einzige Manko ein bisschen, dass es halt so diese deutsche Leserichtung hat. Also quasi von links nach rechts. Ich kann es natürlich nachvollziehen. Aber das ist so das Einzige. Aber darüber kann man ja eh wegschauen. Trotzdem Yovan Tore auf jeden Fall safe. Auch eine Empfehlung von mir. Bleiben wir mal bei One-Shots. Oder beziehungsweise eher nicht so. Und zwar in Deutschland ist es bisher nur ein One-Shot. Und zwar Emanon hat glaube ich im Englischen drei Parts. Bei uns sind es leider nur ein Part geworden. Aber ja, ich finde Emanon lohnt sich trotzdem mega. Es geht halt um so ein Mädchen, was die Erinnerung von mehreren Jahrtausends in sich drin hat. Also sie kann dir aus der Weltgeschichte alles erzählen. Sie hat so viele Sachen miterlebt. Und trifft dann auf so einem Reiseschiff so einen anderen Typen, mit dem sie sich dann unterhält. Und die kommen sich dann auch so ein bisschen näher. Und er erfährt dann quasi davon, was die halt einfach für ein Schicksal mit sich trägt. Und das ist einfach super interessant. Also es sind meistens einfach nur diese zwei Personen, wie die sich so unterhalten auf diesem Schiff. Aber man hat ja quasi einfach einen ganz normalen Mann auf der einen Seite. Und halt sie, die so viel miterlebt hat, was einfach mega interessant war. Und auch das Ende ist richtig cool. Und ich kann mir vorstellen, dass die anderen zwei Parts auch richtig nice sind. Also mir hat Emanon richtig viel Spaß gemacht. Ich mag auch die Zeichnung, auch wenn es, sag ich mal, ein bisschen einfacher gezeichnet ist. Aber es passt trotzdem mega gut thematisch da rein. Und ich finde auch, dadurch, dass so viel Text ist, hat man mit Emanon richtig viel zu lesen. Also es ist ein One-Shot und es ist jetzt gar nicht mal so dick. Aber man liest da trotzdem eigentlich gut dran, weil es halt immer super viel eigentlich zum Lesen ist. Und dieser ganze Vibe davon, ich liebe den einfach. Also Emanon, eine richtig große Empfehlung von mir. Und ich will mir eigentlich auch noch die anderen beiden Bände holen. Aber ja, mal schauen, wann ich mir die hole. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe, wo der Read bei mir schon sehr lange her ist. Aber trotzdem denke ich oft noch irgendwie darüber nach. Und ich mag die Reihe trotzdem extrem gerne. Und ich habe sie immer noch mega gut im Kopf. Und zwar, ich habe mein Leben pro Jahr... Nee, egal. Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft. Auf jeden Fall ein sehr schöner Titel, würde ich auf jeden Fall sagen. Ist mit drei Bänden abgeschlossen. Und zwar geht es um einen Jungen, der davon mitbekommt, dass es so eine Art Geschäft gibt, wo er seine Lebensjahre umtauschen kann. Und dafür bekommt er halt die 10.000 Yen oder ich glaube es sind 30.000 Yen insgesamt, die er dafür bekommt. Und er hat dann noch ein bisschen Lebenszeit übrig, die er halt dann nutzen kann, um dieses ganze Geld dann quasi zu spenden. Dazu kriegt er auch noch so eine Art Begleiterin. Das ist die hier. Die guckt halt, dass er so keine Scheiße baut. Dass das alles immer schön locker hier bleibt. Dass er jetzt nichts Schlimmes macht. Und die beiden kriegen dann eine super coole Dynamik. Und es ist mega schön zu sehen, was er so mit seinen letzten Tagen macht. Wie viel er eigentlich auch bereut. Und was er wieder gut machen möchte. Ob er zufrieden war, wie er halt eben gelebt hat. Und es ist dann super nice auch, dieses ganze Mysterium darum. Und dass das auch gar nicht so heftig aufgelöst wird. Also man will da jetzt nicht irgendwie erklären, wie dieses Geschäft zustande kam. Man nimmt es einfach nur hin. Und dafür ist auch gar keine Zeit. Also ich finde, die Reihe hat auch ein super krasses Tempo. Und man hätte gar keine Zeit dafür, dieses ganze Mysterium drumherum da irgendwie gut aufzulösen. Und ich finde, die Reihe hat ein super schönes Ende. Also von vorne bis hinten komplett nice. Und ich liebe die Reihe wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag auch die Zeichnungen, auch wenn sie, sag ich mal, eher ein bisschen simpel gehalten sind. Passen sie eigentlich perfekt, finde ich, zu dieser Reihe. Und ist eigentlich eine Reihe, die man easy lesen kann. Ich denke, ich werde die demnächst nochmal rereaden. Kommen wir als nächstes zu einer Reihe, die relativ neu hier in Deutschland erst erschienen ist. Und zwar Takopi und die Sache mit dem Glück. Es sind zwei Bänden abgeschlossen. Und ich weiß, dass Takopi so eine Sache ist, die man nicht so mega leicht empfehlen kann. Weil es werden sehr viele Sachen da gezeigt, die auf jeden Fall jetzt nichts für weiche Gemüter sind. Naja, es wird sehr viel so um Suizid dann quasi noch gezeigt. Auch andere extreme Themen werden da noch gezeigt. Manche mehr, manche weniger. Aber ich mag Takopi für das, was es ist. Trotzdem mega gerne. Dieses ganze Diepe davon zieht einen zwar mega runter. Aber es macht trotzdem irgendwie mega Spaß, weil Takopi einfach so ein süßer Charakter ist. Du hast quasi dieses Alien. Was diesem Mädchen helfen möchte, einfach wieder zu lächeln. Einfach wieder glücklich zu sein. Ich finde, Noah Takopi, ja, verliert sich Richtung Ende. Also man will Richtung Ende sehr, sehr viel erzählen. Mit irgendwelchen Plot-Twists. Und dann mit irgendwelchen Zeitsprüngen und so. Ich finde, da war es mir too much. Ich finde, weniger wäre da einfach deutlich mehr gewesen. Aber ich finde vor allem, der erste Band ist super strong. Und ich liebe Tyson Fives Zeichnungen unwahrscheinlich. Also die sind so nice. Und da kommt auch bald ein neuer Manga. Ich glaube, dieses Jahr kommt der raus. Und zwar Deichinosi, Deadly Family, Sins, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie der Manga ist. Auf den mich auch richtig hyped. Aber so lange auf jeden Fall kann man das hier lesen. Es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn ihr auf sowas steht, auf sowas Dieperes. Vielleicht auch sowas wie so Richtung Asano zum Beispiel mögt. Dann ist es auf jeden Fall etwas für euch. Apropos Asano. Als nächstes kommt Downfall von Inyo Asano. Das Ding ist, den gibt es leider nicht in Deutschland. Deswegen müsst ihr den halt auf Englisch kaufen. Aber ich würde sagen, das Englisch ist relativ machbar auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht mega kompliziert. So wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, bei Innocent oder so. Also ich finde, das geht eigentlich voll klar. Es geht halt um einen Mangaka, der seine Leidenschaft verloren hat. Weil er das Gefühl hat, dass diese ganze Kunst dahinter so krass industrialisiert wird. Und es quasi nur noch um Geld geht und Verkäufe. Dass er einfach keine Lust mehr darauf hat. Und es ist einfach mega krass zu sehen, wie er quasi immer weiter in dieses Loch fällt. Und er dann auch zum Beispiel fremd geht und sich dann auch eine andere Beziehung aufbaut. Und währenddessen seine Frau, die ebenfalls Mangaka ist, bei ihr läuft es halt mega. Und es ist einfach mega interessant zu sehen, wie dieses Leben von diesem Mangaka abläuft. Ist ein One-Shot. Heißt, es ist direkt hier abgeschlossen. Ich mag die Vermachung auch sehr, sehr gerne hier mit dem pinken Downfall. Und wie es dann quasi auch runter geht. Und ich finde, wenn es um Mangaka geht oder Manga zeichnen, ist einfach immer cool. Also ich finde, das ist immer so ein Topic. Da habe ich immer super Bock drauf, irgendwie das zu lesen. Ist einfach immer cool. Und ja, falls ihr Bock auf sowas habt oder halt Asano mögen, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung für euch. Falls ihr aber keinen Bock habt zu lesen, sondern einfach nur nice Bilder anzuschauen, dann kann ich euch Gon empfehlen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Guckt euch das gerne an. Gon hat geisteskranke Zeichnungen. Ich liebe Gon einfach. Dieser kleine Dino, der einfach so der letzte überlebende Dinosaurier ist. Und da seine eigene Tour da quasi durchgeht und mit jedem Tier anders interagiert. Es ist super süß. Und Gon ist einfach so ein süßer Charakter. Naja, also ich liebe Gon. Es ist einfach mega schön. Es hat super viele coole Kurzgeschichten, die super nice sind. Jedes Chapter ist einfach komplett anders. Natürlich hat man manche Chapter, die vielleicht ein bisschen lamer sind. Aber dafür hast du auch wieder richtige Highlights. Und ich finde in drei Bänden ist es einfach super abgeschlossen. Und holt euch die italienische Version, die ist richtig easy zu kriegen. Und ihr kriegt dazu noch so einen coolen Schuber. Also holt euch Gon auf jeden Fall. Ist eine riesige Empfehlung von mir. Das war es so mit meinen Empfehlungen. Falls ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Oder vielleicht sogar auf der LBM. Ich bin glaube ich alle Tage da. Also von Donnerstag bis Sonntag. Ich denke, ich werde dazu vielleicht auch noch einen Vlog machen. Oder ein paar andere Videos. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ciao.